Und wie geht's dir? Ich fühl mich großartig. Na, wenigstens einer. Hör du, deiner Scheißkerl! So jetzt! Das sind Voltometers Leute. Er hat bei allen krummen Dingern hier in der Stadt seine Finger im Spiel. Wo ist er? Halt dich da besser raus. Das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Das hilft uns nicht weiter. Dann wird's nur schlimmer. Wo ist der Junge? Wenn du ihm was tust, bringe ich dich um. Und wer bist du überhaupt? Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! DORee